hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünfelder land stimmchen hier übertragen achtung Ach du, warum nicht nur ein bisschen? Er ist nicht so wild. Segen Sie mal gerade auf Länge ab. Warte einen Moment. Äh, na funktioniert nicht. Moment. Du hast dann versucht noch ein bisschen ein Stück hoch zu fahren. Schieb drauf. Ja. Schieb drauf. Moment, jetzt. Ich kann ja auch hochheben, mich hält. Ich hab's vergessen. Ja, ja. Moment, dann schieb ich. Erst. Achtung. Da oben, direkt an der Kabine. Kommen Sie ran? Ja. Können Sie gerade mal gucken, wie viel in dem Annaburger drin sind, in dem roten? Ja, das kann ich machen. Ah, da passt noch ordentlich was rein. Ey, gucken Sie mal. 20.000 brauche ich. Für die Nacht. Ja, wir sind jetzt bei 16.670. Okay. Dann reicht's nämlich für die Holzkohleproduktion und das ist nämlich gerade meine konstanteste Einnahmen. Ja, das hat sich ausgezahlt. Ja, gucken Sie mich an, ich brauche keinen Fitnessstudio. Ja, Sie haben ja auch eine Maschine, ne? Ich bin eine Maschine. Ja. Ja. Ja, das hat's aber von oben ein bisschen dann stopfen mit dem Frontlader. Nein, nein. Das frisst den Stückchen. Guck mal, wenn Sie den nehmen, dann können Sie da immer ein bisschen schieben. Das ist Tic Tac. Kennen Sie das? Ja. Den dicken hinten, der nehme ich nur mal Achtung. Nein. Nein. Oh, das hatte ich aber auch noch nicht. Oh, dann muss der Nacht dann doch. Das war mir neu. Das war mir. Das war mir. Vielen Dank. So, ich will gerade mal ins Tablet gucken. Ah, muss nämlich nochmal gedüngt werden. Klappt's? Ja. Perfekt. Ja, ich fahre mal kurz, äh, Sie können Feierabend machen erst mal. Okay. Nicht drinnen sind irgendwie so Schlafzimmer. Tja, da können wir mal den Anhänger da reinkippen. Dass halt für die Nachtkolzkohle produziert wird, das ist das Wichtigste. Wie der den Scheiß dahingestellt hat. Am liebsten würde ich ihn wegschmeißen, ey. Alter. Als würde ihm das Teil hier gehören. Wie komme ich da durch? Oh, mein Gott, das ist auch. Das ist alles klein. So. Mal gucken, ob ich die irgendwie zu greifen kriege. Eigentlich soll ich sie irgendwo mitten im Wald stellen, dass sie sie nicht mehr rauskriegt. So, voll rascht. Kortes? Ja? Ey, du kannst auch noch ein paar Bäume fällen, da Richtung Kran hinten. Ich sehe noch welche. Ist egal welche, oder was? Äh, ja, im Grunde schon. Jetzt fängt diese Spielerei wieder an, dass ich gucken muss, dass ich hier richtig drin stehe. Ah, falsche Taste. So. Ja. Ja. Alles drum. Gut, ich glaube Kartonproduktion wird nichts mehr, dass man da was reinkriegen. Aber das wichtigste war die Holzkohle. Oh. Oh. Ich hab meinen neuen Anhänger kaputt gefahren. Also. Ja. Okay. Wo ist nichts? Baumfeld. Doch nicht. Wo denn? Ich will nicht, wo ich stehe. Hier ist noch das Licht. Ah, ja. Wie schneidest du die Bäume? Ich hab keine Erfahrung. Man merkt's. Und vor allem immer einen halben Meter über dem Boden. Ich bin hier in der Landwirtschaft tätig und nicht in der Forstwirtschaft. Achtung! Oh! Ah, okay. Das ging. Kannst du in der Asten? Jo. Ich weiß nicht, wie der überhaupt überleben kann. Ich glaub, der braucht mal so eine Forstausbildung. Könnte ich dem Neumann ja mal anbieten, dass ich seine Leute in der Forstwirtschaft schuhe. So. 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 Da hinten liegen nochmal zwei. Ja. Ja, ich sehe sie. Ich sammeln mit zwei Mal, äh. Ich stemme hier mal schnell auf. Vielen Dank. Nein. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Der heutige Tag ist zu Ende, bzw. der neue hat jetzt gerade schon angefangen. Aber wir schauen morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.